Willkommen Leute zu einem neuen Let's Play von Edith Finch. Soll ein sehr schönes Spiel sein. Da, lass uns mal überraschen. Gehen wir am besten vom Anfang an. Also, ich muss schon sagen, die Grafik ist sehr geil. Ich war hier bis ich 11 Jahre alt bin, aber ich konnte nicht in der Halbüte. Das ist ja schön hier. Ich würde es ja gerade noch lesen, aber... Was ist der Beerdigung meines Bruders, Levis, nicht mehr hier gewesen? Die Kamera überwacht. Okay, cool. Okay. Runter oder gehen wir oben lang? Geh das mal oben lang. Okay. Okay. Die Wahrheit ist, dass habe ich das Haus noch nie gedacht, dass ich es zurückgekehrt war. Aber jetzt hatte ich Fragen über meine Familie, die nur der Haus kennen. Das Haus war genau wie ich es erinnert habe, wie ich es träumte, wie ich es träumte. Ein verrückter Haus. Hat was. Ich habe die E.D. einmal über den Draggen in der Pond. Sie sagte, dass sie seine Freundin töten. Ich war sechs Jahre alt. Das war mir auch ein wunderschön. Aus wie Süd- und Wasserrutsche, keine Ahnung. Ok, gab es einen Grund dafür? Sieht doch eigentlich schön aus, das Haus. Ich hoffe, die Klappe könnte unlocken, aber es war nicht. Schaut mich, ich fühlte mich, dass das Haus selbst für mich erwartet hat. Ich bin schon ein bisschen leichter, wenn ich 11 Jahre alt bin. Ja? 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 Ich bin auch dieses Spiel. Sogar noch zu trinken. Das muss echt krass Erinnerungen sein. Angelt wurde auch damals. Das erste Mal in Jahren. Ich fühlte mich, wie ich zu Hause fühlte. Oh Gott. Von mir war da nur die Erinnerungen. Ah. Ja. Süß. Enjoy, thank you. Die Tafel war noch ein Wreck von der Nacht, als wir gegangen waren. Es war, als ob eine Bombe weggegangen hat. Sie töten alle, aber sie sparen die Furniture. Sie haben nur die Möbel in den Sack gelassen. Ich weiß nicht, was denn passiert. Ich habe sogar noch einen iPod. Ich weiß nicht. Meine Mutter war die einzige von uns, die sich in der Großgräufer E.D. leben in einem Krankenhaus. Es war so zu Hause. Ich habe auch nur noch einen Rappel getroffen. Sie haben nur noch ein Rappel mit vielen Augen. Ich habe keinen Rappel. Ich glaube, das spiel wirklich sehr gut. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. mit dem restlichen Haus Meine Mutter war nicht ein Optimist, aber sie nie stopt hat, dass mein Bruder Milton war. Ist er schon tot, oder was? Was ist denn das Zimmer ist das? Fuck. Noch was, Fotos von damals. Die Milton verschwand für den Segelzimmer mal in der Schlafzimmer. Aber warum? Dann wurde E.D. retaliated und drillte Peephole und wurde Kucklöcher. 1937 bis 1947. Er ist nur zehn Jahre alt geworden. Warum versiegelt? Warum? Aus welchem Grund? Und? Dafür der Schlüssel. Hat er sich herausgestellt, dass meine Mom richtig gut Geheimnisse warnen konnte. Ja. Was war denn? Dann war klar zu erkennen, dass mein Bruder Milton vor mir da war. Ja. Keine Ahnung, was mich hinter dieser Tür erwarten würde. Keine Ahnung hatte, wohin das alles führen sollte. Okay, jetzt bin ich drin, im Mollys Zimmer. Ja. Okay, es ist eigentlich ein schönes, gutes Mädchenzimmer hier, oder? Schön hier. Ich denke mal, kleine Mädcheninnen sich darüber freuen, so ein schönes Zimmer zu haben. Oh. Tagebuch. Dezember 13, 1947. Dear Diary, ich werde bald weg, aber ich wollte jemandem erzählen, was wird passieren. Es begann, als meine Momin mich zu beden, ohne Essen. Ich warte, und ich warte. Also, ich schaute, für etwas zu essen. Also, wöchentlich, auch die verschiedenen Rollen der Hütter. The gerbil food is dry, but I didn't mind it. Huh. Haha, sie isst ganz einfach. einfach. Gönnt, Alter. Fuck. hat sie alles gegessen. Hat sie alles gegessen. Und dann hörte ich einen Zwitschern vor meinem Fenster. Ich dachte schon daran. Was? Ich dachte, ich habe ihn zu essen, Christopher, aber ich schaute sie zurück. Es war eine Barsche, die zurück nach ihrem Nest. bleib drinne. Bleib drinne. Ich habe versucht, zu sein, aber der Pferd war wirklich Angst. Ich habe versucht, zu sein, aber der Pferd war wirklich Angst. das ist schon echt geil, wie das hier beschrieben wird und alles. Ich habe ihn schon ziemlich schön gemacht. Ich habe ihn in der Pferd kam, und ich habe ihn fast bekommen. Ich konnte es sehen, dass sie wirklich lebt. Jetzt bin ich auf dem großen Baum. Ich habe es gesagt, dass ich es nicht mehr climb. Alles, was ich überrascht war, war zu essen. Ich habe sie auf... Und plötzlich bin ich ein Owl. Okay. Geil. Das ist geil gemacht. Ich habe ihn gesehen, dass ich ihn auf und sehe. Ich habe ihn auf, und ich habe ihn gesehen, und ich habe ihn gesehen. Und dann habe ich mich nach oben, um etwas größer zu finden. Ich habe ihn gesehen. Was zu groß zum Tragen Und die Aufe zu essen Nein, echt jetzt? Das kam jetzt unerwartet Geil, wir können mit dem Hai Geil, ich habe einen Schliff und in den Ön. Okay. Let's go. I grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Null. Bin ich denn jetzt? Ich brauche überall Menschen. Okay. I was big, but I moved real wide. Lol. Okay. I wanted to stop, but also I didn't. Okay. I need to stop. The morning. Ich bin hier. Hier ist mein Herz. im Durchschnitt dahin nach dem letzten Passenge, war ich noch nicht am Päuch und im Wasser in den Niemann etwas, was ich musste haben, damit ich zurückgebracht habe okay Das ist echt ein tolles Spiel, das muss ich dir echt sagen, Leute. Leute? Ich bin näher und näher. Oh nein. Nein. Oh Gott. Wo ging ich jetzt hin? Ich war einfach die ganze Knurren. Plötzlich war ich wieder ich. Ich habe meine Briefe für lange Zeit genommen, aber ich habe nichts gehört. Ich glaube, es ist wunderschön, um zu schlafen zu schlafen, aber es wird nicht wunderschön. Es braucht sich zu schlafen und wir wissen beide, dass ich sehr lecker werde. Okay. 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 Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut und dann sehen wir uns bei dem nächsten Part. Hot rein. Ciao. Also, wir sehen uns bei der Leute. 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 Wir sehen uns bei der Leute, die Leute. Vielen Dank.